Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich einen XXXXL-Hall für euch. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen. Ich habe euch neulich in einem sehr entspannten Videostil Produktneuheiten von DM und auch ein bisschen von Rossmann gezeigt. Und daraufhin bin ich in die Drogerie gegangen und habe einige Produkte aus dem Video gekauft, um sie mit euch in einem extra Video auch nochmal zu testen. Heute will ich euch aber zeigen, was es alles Neues in der Drogerie gibt. Mit anfassen, mit First Impression und einfach um so ein bisschen darüber zu reden, was gibt es denn wirklich Neues. Denn in den Videos habe ich nur über Make-up gesprochen. Hier habe ich viele spannende, dekorative, aber auch pflegende Produkte mit drin. Und die werden wir heute gemeinsam einmal besprechen und schauen, was es alles Neues in der Drogerie gibt. Es gibt sehr, sehr spannende Produkte. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn hier ist vielleicht das ein oder andere für euch mit dabei. Ich greife einfach direkt rein und habe hier das erste Produkt. Und zwar ist es das HOSC Immun Water mit Vitamin C und Vitamin D. Drei Kalorien pro 100 Milliliter, also 15 Kalorien hat die ganze Flasche. Ich muss sagen, ich habe das nur gekauft, weil ich wirklich tierischen Durst hatte. Und ich muss sagen, es ist okay. Also es ist jetzt hier mit Limette und Ingwer. Ist halt mal was, wenn man kein Wasser trinken möchte. Das hat keinen Zucker mit drin und hat noch recht gute Vitamin D und Vitamin C Inhaltsstoffe. Einfach mal was anderes. War okay. Darum soll es tatsächlich aber gar nicht gehen. Ich habe vor allen Dingen wieder Neuheiten gekauft. Das ist das Schöne bei dm. Da steht dann auch immer wirklich alles neu dran auf den Etiketten. Und demnach habe ich auch ein paar Sachen gekauft. Und zwar haben wir hier die Beauty Expert Reihe von Balea. Die Tagescreme mit 3% Peptid Solution und Ectoin. Mildert Falten und Linien. Verbessert die Hautelastizität mit 1% Squalane und 2% Panthenol. Die Beauty Expert Reihe ist sehr, sehr gut. Ist eine Creme, die ich gerne mal benutzen möchte. Allerdings ist das etwas, weil da viele verschiedene Sachen drin sind, die eventuell die Haut reizen können. Deswegen freue ich mich, dass dieses Video auch in Zusammenarbeit mit Asam entsteht. Und ich mir wieder ein bisschen Nachschub aussuchen konnte. Und zwar wisst ihr, dass ich die Aqua Intense Reihe liebend, liebend gerne benutze. Und ich habe hier ein richtig, richtig cooles Set. Für wen ist die Aqua Intense Reihe was? Wenn ihr wirklich eine trockene Haut habt oder eine normale Haut habt, die aber sehr empfindlich auf Duftstoffe, auf Inhaltsstoff reagiert und ihr wirklich nicht wisst, was kann eure Haut ab, dann ist die Aqua Intense Reihe für euch genau die richtige. Ich habe hier einmal das Hyaluron Serum. Das kommt in dieser 100ml großen Flasche. Und ich zeige euch die Textur einmal. Das ist ein ganz, 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 ganz zarter Touch an Pflege. Ohne Duftstoffe. Sie zieht sofort ein. Das ist genau jetzt bei dem Wetter. Es ist heiß. Ihr habt keine Lust, so ein speckiges Gefühl zu haben. Sie zieht schnell ein und die Haut ist einfach mit purer Feuchtigkeit versorgt. Wirklich große, große Empfehlung. Wenn ihr zu Problemhaut neigt und wisst, okay, ich will eigentlich nur Feuchtigkeit haben, um meiner Haut nichts zu tun, was sie potenziell reizen, ist die Aqua Intense Serie definitiv genau das Richtige für euch. Das Schönste ist, mit meinem Rabattcode könnt ihr einiges sparen. 15% müssten es sein. Und es gibt sogar versandkostenfrei. Also wenn ihr ein bisschen was bei Asam shoppen wollt, ist jetzt genau die richtige Zeit. Versandkostenfrei gibt es tatsächlich in den Influencer Codes so gut wie nie. Deswegen ist das jetzt wirklich mal eine Lösung für euch, um das Ganze auszuprobieren. Das Ganze gibt es im Set. Da habt ihr hier diesen riesen Bottich. Das ist schon fast ein Bottich Aqua Intense Creme. Ihr könnt mal reinschauen. Die ist schon halb leer. Ich gehe da wirklich recht schnell durch, weil ich sie mehrfach am Tag benutze. Eine sehr reichhaltige Pflege, aber trotzdem eine Pflege, die eure Haut absolut nicht reizt. Größte Empfehlung von mir. Schaut also unbedingt einmal bei Asam vorbei. Und dort findet ihr wirklich die beste Preis-Leistungs-Verhältnis-Skincare für den Alltag auf jeden Fall. Dann habe ich etwas mitgenommen, was mich total angelacht hat. Und ich dachte, das könnte vielleicht ein Tube sein. Ich weiß gar nicht, ob es den Body Shop, The Body Shop noch gibt. Jetzt hat Garnier aber etwas rausgebracht. Ihr erinnert euch vielleicht an den Werbespot, wo ich eine Haarmaske ausprobiert habe. Das war die Superfood Hair Mask. Die hatte ich im Fernsehen mit Wassermelone. Durfte ich im Werbespot dabei sein für Garnier. Und jetzt gibt es das Ganze auch für den Körper. Und ich habe mich hier für Kakao und Ceramide entschieden. Ein riesengroßer Bottich. Auch hier erinnert er mich sehr stark an The Body Shop. Oh, Freunde, dieser Duft, das ist himmlisch. Es gab auch noch Banane und Wassermelonen und so. Aber bei Kakao kriegst du nicht. Eine sehr, sehr reichhaltige Creme, die super schnell eingezogen ist. Ich musste sie natürlich auch gleich im Auto gestern probieren. Die hinterlässt ein wirklich sehr, sehr schönes, gepflegtes Gefühl und gibt diesen Duft. Ich liebe diesen Kakao-Duft. Der ist für sehr, sehr trockene Haut. Spendet Feuchtigkeit bis zu zehn Hautschichten tief. Zehn? Ich dachte, es gibt nur vier. Also diese Creme geht bis zum Knochen. Weiß ich nicht. Aber wirklich riecht sehr, sehr toll. Bin ich gespannt. Zeige ich euch dann aber nochmal im Live-Try-on-Haul. Dann durfte mit dieses kleine Mini-Make-up-Eier-Set mit Vitamin E. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Denn das hatte ich euch in dem Video gezeigt. Und niemand wusste wirklich, was das bringen soll. Deswegen dachte ich mir, komm, nimmst du die einfach mal mit. Die sind sehr, sehr klein. Also ich habe mir die Eier wesentlich größer vorgestellt wie normale Beautyblender. Das sind aber eher so kleine. Sieht süß aus. Probieren wir aus. Das fand ich persönlich super spannend. Und Stefanie Giesinger hat ja diese Moy-Marke ausgebracht vor einigen Jahren. Und die hat ein komplettes Rebranding bekommen. Und ist jetzt mit Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. 98 Prozent. Alles vegan. Und das finde ich persönlich sehr, 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 sehr gut. Das hatte Garnier auch schon mal. Auf der einen Seite stehen die Ingredients aufgelistet. Aqua. Gereinigtes Wasser. Steht die Erklärung. Was heißt das? Erklärt daneben. Weil ich wüsste zum Beispiel nicht, was beispielsweise Potassium-Cetylphosphat ist. Und das ist ein naturbasierter Emulgator. Hätte ich nicht gewusst. Und das erklärt das Ganze. Mont verzichtet auf Inhaltsstoffe mit Mikroplastik. Eine komplette Skincare-Reihe. Einmal hier als Tagescreme. Auch hier habe ich noch mitgenommen den Reinigungsschaum. Da bin ich sehr gespannt. Ich probiere so ein paar verschiedene Sachen einfach immer aus. Auch hier mit Bio-Aloe Vera und Panthenol. Sieht gut aus. Probieren wir aus. Dann durften mit diese Eye Amazing Eyeshadows von Manhattan. Ich habe die in verschiedenen Styles mitgenommen. Einfach um sich so ein bisschen durchzuprobieren. Die erinnern mich ganz schön stark an die von Dior. Deswegen wollte ich das Ganze mal ausprobieren. Das sind diese 5 Pan Eyeshadows. In verschiedenen Styles. Und auch wirklich schöne, schöne Farben. Vor allen Dingen der Style 06 Jungle Green. Gefällt mir super, super gut. Mit so einem schönen dunklen Moosgrün und so einem hellen Grün und Gold. Sehr, sehr spannend. Probieren wir aus. Wahrscheinlich gibt es dazu sogar ein extra Video. Weil das könnte wirklich was echt Spannendes werden. Dann habe ich neu gesehen High Wonder Lips. Eine Ampulle von Be Routine. Ich mag die Sachen eigentlich ganz gerne. Die haben immer wirklich spannende Sachen, die ich mir so auch hätte nie in der Drogerie irgendwie vorgestellt. Das ist wirklich eine 8-fach Höhe Luron Ampulle für die Lippen. Wenn es wirklich mal super, super trocken ist. Gerade wenn ich jetzt den nächsten, die 20,9 Catrice Lippenstifte auf meine Lippen packen möchte. Könnte das wirklich eine gute Lösung sein. Probieren wir definitiv aus. Sieht süß aus. Wobei ich sagen muss, Be Routine ist ganz schön teuer geworden. Also da ist schon die Preissteigerung da gewesen. Da habe ich mich persönlich super gefreut. Da war ich mittlerweile wieder bei Rossmann. Und zwar gibt es aus der Sweet as a Peach Reihe jetzt den 2 in 1 Duschschaum. Mit pflegendem Ölkomplex aus Mandel und Pfirsichkern. Ich habe die feste Seife gehabt. Ich habe das Bodyspray davon gehabt. Und habe es wirklich sehr, sehr gerne benutzt. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Der Duft ist, ja, phänomenal. Ich weiß nicht, Duschschäume machen wirklich Spaß. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Und ich finde, mit Duschschaum macht das Duschen auch immer noch so ein bisschen Spaß. Und wenn es dann diese ganze Reihe gibt, ne, dieser Duschschaum. Dann die Creme und dann das Bodyspray. Und du riechst einfach nur wie so ein frischer, saftiger Pfirsich. Lecker. So möchte ich riechen. Dann durfte mit, da freue ich mich gleich drauf, von Hey. Der Crispy Protein Bar Double Peanut. Die Dinger sind schweineteuer. Ich glaube 2,45 Euro. Aber die sind so lecker. Wenn es wirklich zwischendrin mal ein bisschen knirsch ist mit Essen. Und ich hier unten den ganzen Tag am Schneiden oder Drehen oder Produzieren bin. Dann ist sowas wirklich immer die Lösung. Und ich liebe das. Der ist wirklich, der schmeckt wie Snickers. Richtig geil. Dann durfte mit eine Haarfarbe Nutrice Creme. Ich färbe mir ja nicht meine Haare, aber ich blondiere mir eigentlich regelmäßig meine Augenbrauen und mein Gesicht ein bisschen freundlicher zu machen. Und da habe ich jetzt einfach, ich nehme dann immer die billigste Tube. Damit komme ich auch wirklich bestimmt vier Monate aus. Ich nehme dann immer nur ein bisschen raus und mische mir das dann auf dem Teller an. Ich brauche ja nicht viel für meine Augenbrauen. Habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Und probieren wir. Bin ich gespannt. Dann durfte mit von Alverde ein Lipgloss. Und den probieren wir jetzt einfach mal live aus. Das ist ein Nude Lipgloss in Nude Sensation. Eine neue Lippenpflege oder Lippengloss Reihe von Alverde. Ich habe von Alverde, glaube ich, seit fünf Jahren nichts mehr benutzt. Riecht nach nichts. Uh, hat wirklich gut Farbe. Wir werden, glaube ich, wenn ihr wollt, so einen Live-Videotest machen, wo ich wirklich alle Make-Up-Neuheiten in mein Gesicht bringe, um sie auszuprobieren. Da musste es, ich nehme es immer mit, um es euch zu zeigen, obwohl ich es eigentlich gar nicht mag. Das ist von Belou. Ein neuer Duschschaum oder ein Duschgel mit, wie heißt das? Sweet Strawberry. Es riecht aber sehr, sehr gut. Und da muss ich sagen, also das kriegt Belou wirklich hin. Düfte können die sehr, sehr gut bei Belou. Ist vegan, ist made in Germany und ist für die Kinder meistens. Ich glaube, Kinder mögen das immer sehr, sehr gerne, diese Belou-Produkte, weil sie so süßlich sind und so lecker riechen. Deswegen habe ich es mir mitgenommen. Vielleicht probiere ich es mal aus und wenn ich dann schicke es meiner Schwester oder so. Dann habe ich mitbekommen, dass Özlem immer über Dr. Bettmann so schwärmt. Und da wir ja zwei Katzen hier haben, die gerne mal, ich weiß nicht warum, den Teppich benutzen, um so zu machen, habe ich das hier mitgenommen. Das ist ein Teppich-Fleckenbürste. Infert hartnäckige Flecken und Gerüche. Da ist Wein und zwei Haustiere drauf. Deswegen dachte ich mir, probieren wir es mal aus. Mit integrierter 2-in-1-Bürste. Schonend, neutralisierend und kraftvoll. Dr. Bettmann soll wirklich gut sein, sagt Özlem. Ich bin gespannt. Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit Putzmitteln. Ich finde generell, ich bin jetzt, wollte ich mit euch mal drüber reden. Ich bin jetzt in so einem Alter, glaube ich, wo natürlich auch aufgrund des Eigenheims die Aufgabenbereiche ganz anders geworden sind. Und irgendwie fühle ich mich mit dem Leben als Mann mit Haus und Haushalt irgendwie wohl. Und ich wollte euch fragen, ob es für euch in Ordnung ist, ob euch das auch interessiert oder ob ihr wirklich nur bei Beauty bleiben wollt. Weil es gibt so viel hier zu tun und wir sind ja auch gerade dabei, eine Familie zu gründen. Und ich glaube, dass das vielleicht für die eine oder andere von euch ganz spannend sein könnte. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann durfte noch mit einmal sanft und sicher die Taschentücher. Nehme ich eigentlich immer irgendwas mit. Aber die waren tatsächlich auch neu, soft und sicher. Entschuldigung. Drei lage ich besonders geeignet für allergieempfindliche Nasen. Habe ich nicht. Ich nehme das meistens wirklich, wenn ich mich morgens abgeschminkt habe oder gereinigt habe zum Drehen. Läuft immer meine Nase jetzt. Auch aufgrund von der Corona-Erkrankung merke ich doch noch, dass meine Nase immer so ein bisschen runny ist. Die probieren wir aber aus. Die kommen dann in meine Taschentunkbox. Es ist mir egal, wie es aussieht. Und dann habe ich hier immer was zum Schnauben. Weiter geht es mit einem dekorativen Produkt. Und da habe ich hier von Maybelline dieses Express Brow-Ding. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Ich glaube, damit geht man einfach durch die Augenbrauen durch und hat dann Farbe. Ja, weiß ich noch nicht. Definieren das Augenbrauengel. Fand ich ganz schön teuer für. Also das ist ja wirklich mini, 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 mini klein. Ein Augenbrauengel, auch das probieren wir dann nochmal wirklich genauer aus, wenn wir das Make-up machen. Hier durfte noch etwas mit und zwar von Schäbens. Die Tropical Breeze Tuchmaske erfrischend, regeneriert die Haut, Hautwirksamkeit, dermatologisch sehr gut, biologisch abbaubare Naturfasern. Ich mag die Schäbensmasken eigentlich ganz gerne. Die sind aber ein bisschen teurer. Was ich sehr, sehr gerne mache ist, ich benutze ja meinen Foreo Ufo und da gibt es auch die Möglichkeit Tuchmasken zu benutzen. Also nicht nur die Foreo Eigenmasken, sondern auch die Tuchmasken. Und dafür habe ich das hier einmal mitgenommen. Und ich finde so ein bisschen den Sommer verlängern ist gar nicht schlecht. Und das waren tatsächlich auch alle Produktneuheiten, die ich hier im DM und bei Rossmann gekauft habe. Ich habe das Gefühl, ein, zwei Teile könnten vielleicht im Auto rausgefallen sein oder ich habe sie vielleicht doch nicht gekauft. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall habe ich bei DM um die 70 Euro und bei Rossmann um die 30 Euro ausgegeben. Ich habe nämlich noch eine Limited Edition gekauft. Die habt ihr aber wahrscheinlich schon gesehen. Ich verlinke euch das Video einmal hier in der Ecke. Das ist die Sunset Lover LE von Rival de Loup. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und schaut unbedingt bei Asam vorbei. Mit meinem Robatcode könnt ihr noch eine Menge sparen und das Ganze gibt es auch versandkostenfrei. Aqua Intense ist wirklich meine Favoriten, Favoriten, Favoritenreihe für das ganze Jahr, wenn ihr eine sehr empfindliche Haut habt. Oder generell, wenn ihr einfach nicht so viel Schnickschnack in eurer Pflege haben wollt. Aqua Intense it is. Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.